Theodor Koch-Grünberg Indianermärchen aus Südamerika Was die Äffchen sagen Die Schwarzmäuler schlafen, dicht aneinandergekauert, auf den Blättern der Jauripalme. In Gewittern und Regennächten wimmern und schreien die Jungen vor Kälte. So geht es auch den Mutteraffen. Die Väter sagen dann, morgen machen wir unser Haus. Ein anderer antwortet, ja, morgen. Wenn es wieder morgen wird, sagen sie, wollen wir unser Haus bauen? Der eine antwortet, ich will erst noch ein bißchen essen. Andere antworten, ich auch. Andere sagen, ich auch. Alle gehen fort und denken nicht mehr daran, das Haus zu bauen. Wenn sie aber beim Schlafen sind und der Regen kehrt wieder, dann denken sie daran und sagen, wir müssen unser Haus bauen. Eines Tages werden sie Häuser bauen. So machen es auch die Menschen. E.A.P. Productions und dann gucken shipen. So machen es weiß. Aber wie soll es gut sein. gleichen момент. So machen wir bei den Buchsehang. Was haben Corona-� rain. Aber was vermösen war? Musik ist markier counter summit. Vielen Dank.